Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Wir werden heute dieses Camp auseinander nehmen. Das Ripper Camp. So, wir haben geschlafen. Äh, da ist die Leiter. Und irgendwie... Wenn man auf der Karte sieht, ist hier jemand. Wer stört mich hier? Ach! Ripper, da sind sie. Ähm, ich hab mich vielleicht dezent. Ähm, erschreckt. Okay, auf geht's. Hier! Wer ist hier? Naja, natürlich bin ich hier. Scheiße, jetzt geht's direkt rund hier. Äh, wo ist er hin? Und wieder. Rückzug? Rückzug. Aber es hackt. Nix hier, hier wird nicht zurückgezogen. Hier wird gekämpft. Machen wir mal hier oben. Haben wir hier noch ein bisschen load? Gegnerische Camps. Die Feral Wildnis ist voll von gegnerischen Camps. Sie setzen sich aus Plündern, Rippern und Anarchisten zusammen. Mörder und Diebe. Die Jagd auf die Schwachen machen. Schalten sie... Aus... Schalten? Schalte sie aus. Schalten. Schalte sie aus. Und mache die umliegenden Camps der Überlebenden sicher. Jawohl, ja. Ich will eigentlich mein Motorrad näher holen. Egal. Okay, was hat er ja vor? Das weiß er wohl selber noch nicht so genau, was er da vor hat. Haben wir hier noch ein bisschen loot? Nein? Auf geht's. Übrigens habe ich geschlafen, damit es eigentlich nicht regnet. Aber es regnet immer noch. Das ist eben ein grauer Tag und trauriger Tag für die Ripper. Was ist das denn für? Mein Bruder verletzt und wisst ihr was? Das werdet ihr büßen. Jep. Was ist das? Da mal. Da mal. Mit Carlos? absteigen dann steig hinab hier ist ein verdammter weg sag mal kannst du mal die viele kugeln die jemand hier aushalten das verstehe ich immer nicht wird dass wir mir andere seiten aufziehen so kommen eine noch der eigenen waffe ins gesicht verdient hat er das noch mehr munition alles mitnehmen was ich mitnehmen kann es ist erledigt die ripper hier oben werden niemanden mehr ärger machen ich habe neulich mit manny gesprochen manny ich weiß wie sehr du dem camp hilfst ich wollte mich nur bedanken war kein problem so was haben wir denn hier noch das kantholz nehmen wir natürlich nicht mit weil das ist das gefunden es ist die haben uns hier oben gesucht keine ahnung wo es meine ich hätte ja gefragt wenn sie nicht versucht hätten mir die augen auszustechen tut mir leid bruder ich hätte bei dir sein sollen ach alles gut klar man ja ich weiß wegen der ende aber die habe ich ganz gut auseinander genommen und die auch nicht anders verdient so leider haben wir für die sniper keine schuss mehr wo ist denn jetzt unser motorrad da also doch hier lang hey ok ein bisschen verwirrt also ich rede von mir leider gibt es hier keinen bunker oder so ne mal hier nochmal ran so leider haben wir ja Glück und wir finden hier ein bisschen munition jup so was haben wir denn hier wäre oh nice so hier nehmen wir Sprit mit ich höre schon wieder Freaker aber es ist trotzdem gerade sehr ruhig was die Freaker angeht bin ich sehr 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 happy drüber muss ich sagen ich habe keinen Bock jetzt auf die und jetzt fahren wir rüber und gucken dass wir Lisa retten erstmal machen wir hier voll so gut so und natürlich auch noch speichern schnell speichern ist immer gut und jetzt fahren wir zu Lisa können wir hier eine Schnellreise machen können wir sofort da bin ich jetzt gespannt ein bisschen ein bisschen Munition habe ich das sind noch fast 300 Meter die werden wir mit dem Motorrad auf uns nehmen oh man was ist denn hier schon wieder los achso das ist dein Mann hier sind aber viele okay eigentlich die Zwischensequenz somit sind wir erstmal raus aus dem Blutzen dass wir die Freaker töten müssen ich komme ich komme ich hole dich da raus so was sind mit den Freaker sind sie weg die sind weg oh ein Rucksack was ist das mit Sicherheit gehört der keinem verdammten Ripper mhm kleine Fußspuren Kindergröße das muss Lisa gewissen sein sie haben sie hier entlang geschleppt wenn ihr ihr was getan habt ihr Schweine bringe ich jeden einzelnen von euch um ich bringe auch so jeden einzelnen von diesen Arschgeigen um so moin ein Schützer was ist denn der hier sag mal was hältst du aus ich rengabe es nicht oh man warte mal die sieht aus wie die kleine die wir hier rüber gebracht haben die Machete nehmen wir nicht dich durchsuchen wir nochmal so Lappen sind voll aber hier oben scheint hier noch irgendeiner zu stehen oder auf jeden Fall wird er mir in irgendeiner Form hier angezeigt oder ist das was anderes ich weiß nicht ich gehe jetzt erstmal hier lang gucken schreit ne hier einfach so ha oh ne in eine Höhle ok haben die Schweinebacken eine Höhle gefunden warte mal das ist doch ein Schalldämpfer oh wir können hier nochmal gucken hier nicht dann können wir hier einen anbringen hier auch nicht aber dann ok hier wurde sie hier reingeschleppt meine Güte was ist das denn hier für eine Höhle hör mal ja da hat er recht warte die beiden nochmal looten ähm oh Alter was habt ihr denn hier gemacht was ist das was ist das kranke Bastarde oh ok nein sie ist nicht hier wo bist du Lissa ich spür den Schmerz sie muss irgendwo hier draußen sein löste ich mich von meinem Namen der vergangenen niemand tritt euch bei ey schau mal jetzt wurdest du gefunden ja mal kannst du jetzt nice oh neuer Fertigkeitspunkt oh ich glaube das wir haben mittlerweile zwei dann sollte ich gleich mal gucken können wir hier was herstellen oh wir haben ne Splittergranate und ne Rohrbombe äh nein ok weiter gehts ähm da oben ist nix hier ist noch Munizierung sehr schön ach doch äh hier hinter ist irgendwas das zeigt uns die Karte wahrscheinlich Lissa ich werde dich retten alles muss gelootet werden so jetzt komme ich oh hier ist noch mehr Munition oh warte mal wenn wir so viel Munition haben hier finden hier finden ist doch wahrscheinlich ganz gut wenn ich ja hier lang sie ist irgendwo hier lang hier nicht mit mir ja looten nice so haben wir hier im Umkreis noch irgendjemanden der was sagen möchte nicht es sieht aus wie eine Falle das ist ein Verbrauch oh warte mal das können wir mal eben nehmen es sieht aus wie eine Falle bin ich ehrlich hier hier sie wurde hier hochgezerrt oh das war gerade neu das habe ich irgendwie noch nicht verwendet warum habe ich das nicht verwendet Lisa muss da oben sein kannst du was zur Hölle aber schön dass ich hier eine nach dem anderen einfach weg holen kann sehr angenehm so wird hier noch ein bisschen Monit oh ein Medic ein Medikit ein Medic ist was anderes also ich bin ganz ehrlich dieses Camp hier sieht definitiv größer aus als das was wir eben verkoppelt was geht soll er mit dem okay wo ist das dein Pat oh mein Gurt oh mein Gurt jetzt liegt der einfach hier kurz durch Superman So. Wo ist er denn? Ist er jetzt dahinter? Und findet mich nicht? Und kann nicht zu mir, weil er einmal durch die ganze Luft geschleudert wurde? Ja. Ich fürchte euch nicht. Hey. Fürchte. Mein Gott, der nervt jetzt aber. Kann ich den irgendwie... Nee, der ist dahinter gefangen. Flick da hier durch die Luft. Hatten Spacken. So. Nachladen bitte. Danke. Mal hier kurz looten. Molotow-Inventar voll. Ah. Rückzug. Ich brauche Deckungsfeuer. Wer sagt hier, jetzt habe ich dich? Nee, warte mal. Stopp. Rauchbombe? Würde ich in der Rauchbombe zünden? Und warum nicht? Wollen wir eigentlich den mal machen? Wollen wir noch was auf der Bank? Wollen wir nicht... We are many. We are one. Okay, das habe ich ja schon ein paar Mal gelesen. Hallo. Lisa. Aber anscheinend... Muss ich hier noch ein bisschen... Clearen. Mal hier nach hier oben gucken. Oh nein, jetzt sagt mir nicht... Dass ich... In dem einen, der da hinter der Wand ist... Das nicht abschließen kann. Das wäre... Das wäre... Das wäre jetzt... Scheiße. Hallo, Lisa. Ich bin doch hier. Komm schon, lass mich doch an, da. So, wo ist der? Wer redet jetzt hier noch? Irgendwo hier. Ja, er ist nämlich hier hinter der Wand. Scheiße. Och, nö. Komm ich dann... Irgendeiner... Form hin? Nee. Komm ich eben nicht. Er ist hier irgendwo drin festgepackt. Oh no. Warte mal. Okay, wir probieren es mal... Mit der Rohrbombe. Genau hier hinter. Im Stein verbuggt, oder was? Warte mal, ich werfe nochmal... Das ist jetzt ärgerlich. Warte mal. Machen wir hier nochmal die Splittergranate. Er ist ja... Genau da. Och man, das ist jetzt ärgerlich. Du bist verirrt, da du an Namen, an der Vergangenheit, an Schatten hängst. Lass los. Was ist alles los? Erlebe das Wunder. Spürt ihn. Spürt ihn. das ist nervig jetzt das ist scheiße ich komme nirgendwo hier hin ja es ist schon richtig wo ich hier war genau hier er ist irgendwo hier zwischengepackt oder so ich komme aber nicht an ihn ist ja irgendwo da oben kann ich irgendwie kontrollpunkt neu da müssen wir das normal machen das ist jetzt richtig ärgerlich okay sie wurde hier hochgezerrt so ich habe schnell durchsuchen dann nehmen wir hier die schnell feuerwaffe und jetzt wird gefeuert so gucken wir mal jetzt hier 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 ist noch eine komm her da ist sie das sind aber auch komische freaks schlimmer als das ist ein ripperschläger der irgendwie keinen schaden macht okay so wo ist er hier oben nein ich glaube ich habe es jetzt ist der eine buggy im stein weißt ich bin froh ich bin froh dass ich nicht alles nochmal machen musste sondern jetzt hier hallo lisa 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 oh verdammt was haben sie dir angetan lisa lisa hey nein 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 sag still lisa ich bin's erinnerst du dich die kennen ok 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 schon gut schon gut komm schon bist du ok verdammt kannst du laufen kennst du das besucherzentrum gut da steht meine maschine du musst so schnell du kannst da hinlaufen halt nicht an nicht anhalten genau nicht anhalten was auch ist bereit los wir müssen da hoch wow sie ist schnell sie ist so schnell lisa beeil dich bloß nicht du hast Zeit aber ich muss hier im Büro war doch irgendwie nur Schrei oder nicht hier oben ist der der Sniper den habe ich hier noch erschosen irgendwann einmal kannst du hier nochmal meine Munition nehmen ne und hier noch Medikit äh Munition ja perfekt so und wo soll ich jetzt hin ach ja er schmoss jetzt da runter ähm kann ich jetzt hier irgendwo eine Abkürzung nehmen oder so oder muss ich jetzt echt noch einmal da nochmal ganz rumlaufen ich ahne irgendwie grad nochmal was Schlimmes äh also jetzt habe ich ein Glück alles hier noch ok hier liegt doch noch ein Toadert den nochmal schnell so Lisa ich komm achso die wartet auf mich jaja ich komm ja schon der da ist der au 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 ich auch so neiner Lisa, lauf! Okay. Muss noch einen kleinen Verband reinhauen. Und jetzt den noch looten. Gleich hat er noch Munition. Lisa, lauf! Lisa, du sollst lauf werden. Hier lang. Genau. Runter, runter! Los, los! Nehmen sie alle ab. Was hier können wir noch mitnehmen? Sehr schön. Legt du jetzt keine Rolle, Mann? Rollst du da hoch? Hör mal. Eine Rolle, kannst du später. So. Oh, diese Musik. Oh, ich im Schatten. Das sieht gut aus. Lisa, kommst du? Achso, bist du da. Moment. Ja, ja, Leute, sie kommen. Bleib liegen. Zu meinem Bike. Lauf! Cool. Eine ehrliche Antwort. Hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hart Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du fährst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Oh, okay. Ähm. Gut festhalten. Ricky! Ricky, komm. Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen. T-Cam? Lang nichts gehört. Was willst du? Wir, verdammt, wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway, an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahr jetzt da hin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht als Bruser und du hier wechselt? Äh. Das, ja. Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich hab ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind. Eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du, du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake. Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja. Okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ricky? Äh. Ja, okay. Ja. Gern geschehen. Okay, ein neues Camp. Äh, es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er, er ist okay. Er schreit gern rum. Also, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Verstanden? Okay, ähm. Und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du es Ricky. Oder, äh, geht zu Eddie. Sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie, sie ist eine Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir. Du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du, äh, also auch wenn du, äh, scheiße brauchst. Okay. Hey, Ricky. Hey, Dick. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Äh, Lisa, das ist, äh, Ricky. Sie wird dich, ähm, an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Dick. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte nimm sie mit, okay? Was ist mit ihr, Dick? Was mit ihr ist? Sie wurde, sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich muss da. Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich, ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und noch mal vielen. Psst. Okay, also es gibt ein Camp, was gut ist. Vielleicht würde ich gerne da hin? Okay, aber ich muss zurück zu Buse anscheinend. Für die Fahrtrust. Niemand hat das vorausgesehen? Niemand hat das vorausgesehen? Oh, oh. Irgendwas ist da im Buschel. Ich glaub, ich fahre erst mal in das Camp. Kaufe Munition. Hörst du mich? Hörst du mich? Hot Springs to Deacon St. John. Taka, ich hör dich. Ich dachte, du wärst längst zurück. Hast du Lisa gefunden? Oh, hey. Nein, Tuck. Nein, die Ripper haben sie übel zugerichtet. Und sie hat's nicht geschafft. Vernammt. Wir brauchen sie. Jetzt wird das Graben noch länger dauern. Sie ist mal positiv, Tuck. Ein hungriger weniger. Du gehst jetzt da raus und holst mir ein paar. Sonst gibt's hier bald keinen mehr zu füttern. Taka, Ende. Ja, okay. Ich kümmere mich darum. Wie alte... Wie alte... Also, ich hab... Da schick ich gar nichts mehr. Die kann gestohlen bleiben. Und hier sollen aber irgendeine neue Objekte... Neue Objekte? Neue Objekte? Was meint der mit neuen Objekten? Gibt's hier... Ja, es gibt hier anscheinend nichts. Machen wir gleich. Gut, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Es war eine wilde Folge. Lisa gerettet. Dann auch noch diese komische Back mit dem blöden Ripper, der in der Wand rumbackte. Aber gut. In der nächsten Folge werden wir gucken, was wir machen. Ich werde mich jetzt hier im Real Life mal ins Bett hauen. Es ist ziemlich spät. Ich hoffe, wir sehen uns dann trotzdem in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.